Jo Leute, was geht ab und willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr könnt schon sehen, heute machen wir Heidenziek auf der Wikinger-Map, Leute. Mit dabei haben wir den guten MBK. Hallo 4. Hallo 4, Leute. Und ihr könnt schon sehen, man kann hier einfach sliden und währenddessen Emotes machen, Alter. Aber irgendwie fehlen gerade zwei Leute. Warte, ich bin ein Wurm. Oh, was geht denn? Wie kann es auch noch mit am Start? Und ja, Leute, oh dumm, Mann. Kracker, kracker, ey, warum funktioniert das bei mir nicht? Junge, bist du ein Vogel, Alter. Der Junge ist zu dumm, um Emotes zu machen, während man slidet, Alter. Ich würde aber sagen, Leute, für die erste Runde bin ich der Suchende und die anderen verstecken sich. Okay, seid ihr alle versteckt? Let's go! Dann würde ich sagen, mache ich hier mal kurz das Tor auf, Leute. Und komme direkt und such euch, Junge. So, wo seid ihr? Bruder, dein Ernst? Ich bin ein Wäsche. Ich habe gedacht, du bist an mir vorbeigelaufen, deswegen habe ich gelacht. Aber hast du mich gesehen? Digga, ich habe dich direkt gesehen, Junge. Echt? Was war das für ein Müllversteck, Junge? Sache ist, ich habe ja noch zwei Schussjoker, Leute. Aber ich glaube, hier wird es ziemlich easy mit Schussjoker. Verratet mir eine Sache. Habt ihr was gebaut, um da hochzukommen? Zu eurem Versteck? Nein. Mir kann nicht. Mir kann also gebaut, sprich, er ist wahrscheinlich irgendwo oben oder sowas. Oder auf irgendeiner Position, wo man sich hochbauen muss. Bruder, wo seid ihr? Also, ich höre dich auf jeden Fall. Du hörst mich, wie ich rumlaufe. Okay, Bruder, hättest du dir nicht gesagt, Alter. Weil? Ich, ich meinte, ich höre dich nicht. Bruder, ich kann mir schon denken, wo du bist. Du bist safe irgendwo in einem Dach, äh, du bist safe irgendwo in einem Haus auf dem Dach oder so. Wer hätten wir? So, wenn ich hier baue, geht nichts kaputt und... Hä, bin ich unsicher? Hallo? Das ist mir doch gar nicht... Jungs, Alter, was ist das für ein Müllversteck, Mann? Als ob ich hier schon zwei Leute gefunden habe. Und die Sache ist, es waren sogar die zwei, die als allererstes Ready waren. So, und Bruder, derjenige, der es ja wirklich gepackt hat, der ist jetzt der letzte Überlebende. Bruder, du wirst mich nicht finden. Weil mein Versteck so basic ist, da kommt man nicht drauf. Okay, okay, also schon mal ein Tipp, es ist basic. Ich würde sagen, ich benutze jetzt keinen Schusschalker dafür, damit ich ein bisschen Zeit dir gebe. Deutsch ist er. Also du sagst, es ist echt leicht eigentlich. Meinst du? Ja, und vielleicht sehe ich dich gerade, vielleicht auch nicht. Okay, also basic Versteck heißt, das Hauptbasic Versteck für uns ist eigentlich immer auf irgendwelchen Bäumen, Leute. Müsst du wissen, immer in der Aufnahme ist immer ein einziger dabei, der auf dem Baum chillt und das jedes Mal. Von daher würde ich sagen, baue ich mal kurz alle Bäume ab. Bruder, ich kann dir jetzt schon sagen, schlechte Idee. Okay, dann mache ich das auch nicht. Also bist du nicht auf dem Baum? Nein. Tamam, okay, sorry. Sorry, Abicam. Bruder, ich kann kein Türkisch. Bruder, ich bring dir noch bei. Tamam. I'm a Arabi, Habibi. I'm a Arabi, I'm a Arabi. So, Teg, aber wo chillst du, Junge? Im Bosthaus bist du auch nicht. Safe and chillt wieder irgendwo Tilted Towers. Er gönnt sich gerade diese Jalapeno-Soße. Geil, Bruder. Warum nicht so gut bist, ja? Mein Frechheit ist immer easy. Warte, Digga. Egal, komm, ich gebe dir Tipp. Hör hin. Irgendwas soll ich noch hören? Hast du nicht gehört? Nö. Ja, dann Pech gehabt, mein Lieber. Hey, was war das denn? Diese Dinge, Scrabbling, hört man die nicht. Dann warst du zu weit weg. Hä, lol, ich höre gar nichts. Okay, dann bist du gar nicht bei mir in der Nähe. Gut, Leute, anscheinend suche ich komplett falsch. Oh, in welchem afghanischen Dorf bist du? Mein. Geil. Warte. Da chillst du vielleicht hier oben? Ich glaube, ich habe dich gerade wieder gesehen. Oh, nein. Ey. Oh, okay. Junge, wo cheatst du? Bruder, ich kann nicht mehr. Es ist halt so easy, dass du dich... Ich glaube es auch. Ich glaube, ich denke gerade viel zu viel nach. Siehst du, wo Odoman AFK steht? Ja. Ich kann Odoman von meiner Sicht aus perfekt die ganze Zeit spielen. Ich sehe auch die ganze Zeit, wie ADHS, MBK die ganze Zeit rumspringt. Du kannst die beide sehen. Warte, dann gehe ich mal da hin und versuche mal von daraus vielleicht dich zu sehen. Denkst du, die können dich sehen? Geht nicht. Die können mich nicht sehen, nein. Hä? Ich sehe die, die mich nicht. It's halt person, Bruder. Okay, also guckst du irgendwie um die Ecke mäßig. Ja. Sprich, du bist vielleicht unter dem Boot. Oh, ich sehe dich. Bruder, Bruder, willst du mich verarschen, Alter? Hör da rauf, Junge. Lass das. Hey, ist der auch nicht? Hä? Ich komme gerade gar nicht mehr auf mein Leben, klar. Sitzt du irgendwo unten? Junge, er hofft mich zu mobben, Mann. Wo bist du? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Du kleiner Recho, Alter. Jungen, wo warst du, Mann? Was ist das für ein Fechtiger? Was war ich unter dem Stein? Ich muss aber sagen, das Fechtiger war sogar schon ziemlich gut, wenn man da einfach irgendwie nicht drauf kommt, weil es einfach so easy ist. Von daher ist jetzt Milka in der Suche und ich bin derjenige, der sich verstecken wird. Okay, Leute, dann sind wir jetzt alle versteckt. Von daher würde ich sagen, Milka, komm, such mal. Komm, Bruder, gib mal dein Bestes, Alter. Ich muss mal sagen, als erstes gehe ich alle Häuser durch. Okay, ich breite nicht übrigens, dass man hier die Sicht ein von Milka, Leute, dass ihr immer gerade sehen könnt, was er macht. Würde ich sagen, dass ihr schwere Versteck habt oder eher leichte? Meiner Meinung nach ist das Versteck echt ziemlich behindert. Das ist brutal schwer. Bruder, ich kann mal so sagen. Odoman, weiß ich nicht. Kid May findest du innerhalb von zwei Sekunden, wenn du Augen im Kopf hast. Ich bin eigentlich absolut schwer. Absolut schwer? Ja, also darauf zu kommen ist eigentlich easy. Obwohl, aber ich bin den gleichen Joker wie Achmat. Habt ihr euch hochgebaut oder würde ich euch so hoch finden? Ich habe mich nicht hochgebaut. Ich habe mich nicht hochgebaut, aber du kannst mich sehr easy finden. Also wenn du mich nicht siehst, egal, dann weiß ich ja nicht. Oh mein Gott, Bruder, ich sehe dich. Sagst du stark? Bruder, und du sagst, dein ist nicht stark? Ist du meinst nicht stark? Nein, ist es nicht. Ich finde nicht, Digga. Er sagt so zu meckern, wenn du Augen im Kopf hast, dann findest du Kid Mayf. Aber Bruder. Aber dich nicht, wenn man Augen im Kopf hat, Bruder. Au, dein ist sehr leichter, Junge. Okay, sei leise. Ich bin schon 30 Mal gefunden. Bruder, sei leise. Der redt die ganze Zeit zwischen uns hin und her. Ich komme gerade echt ein bisschen verarscht vor. Weil anscheinend ist es easy, aber ich finde niemanden. Bruder, glaub mir. Glaub mir. Ich kenne das Gefühl. Ich hatte schon mal einen Synchron, wo ich drei Minuten lang gesucht habe. Das Ding ist ja, Achmat, ich habe einen Joker quasi. Jemand muss einmal schießen, richtig? Ja. Weakness, schieß einmal. Ich habe keine Waffe. Brr. Ich habe keine Waffe. Odoman, schieß einmal. Ich schieß einen, zuerst? Junge. Nein. Nein. Ich habe das gehört, aber... Oha, Odoman, wie du von uns weggelenkt hast. Ehre, Bruder. Ich schwöre. Das Ding ist, es hat sich angehört, als wenn du auf der ganz anderen Seite von mir gewesen wärst. Aber du bist hier nicht. Übrigens, Bruder, du kannst jeden einmal den Joker einsetzen lassen. Okay. Du hast den Joker so dreimal, also einmal pro Person. Bei Bruder geht es nicht, also nur zweimal. Okay, Kid Mayf. Schieß einmal. Bruder, warum versache ich dir das eigentlich? So. Hä? Okay, 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 okay. Das war ganz close. Das war richtig close bei mir. Und ihr habt euch nicht hochgebaut, sagt ihr? Bruder, nein, Digga. Ey, Junge, als ob du mich nicht findest. Kannst du einmal tanzen, Brudak? Ja, kann ich. Hör genau jetzt hin, ja? Ja, der Save me. Warte, welchen habe ich? Brudak, siehst du mich? Ja, ich sehe dich, Bruder. Warte, kurz, so. Sag mal, Bescheid, wenn du tanzt. Ich habe getanzt gerade. Du hast schon getanzt. Tanzt wir nochmal? Tanzt wir nochmal? Okay, tanzt wirklich. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo. Junge. Das ist... Ihr seid nicht schwer versteckt. Nö. Kuckuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin die ganze Zeit alle vorbei, genau. Junge, was geht ab, Bruder? Das sieht man nicht. Das war so auffällig, dass das wieder unauffällig war, ne? Ist so. Ey, Junge, ich will ruhig feiern, die ist versteckt. Ich lasse dich in meinem Leben, also ich hütte dich nicht. Ja, ja, ich... Ich war mal hinterher, Bruder. Aber du sagst die ganze Zeit, dass du Burak gesehen hast. Von daher, du hast die ganze Zeit je hingekommen. Ja, ich habe Burak gesehen, Bruder. Kann ich dir schon mal sagen. Ja, ich glaube, du hast ihn nämlich jetzt verraten. Nö, habe ich nicht. Und... Komplett falsch. Bruder, so wie du... Da, wo du gerade hinläufst, habe ich ihn null verraten. Er geht nach Afghanistan, Bruder. Bruder, der geht kurz Cousin besuchen. Also auf der anderen Seite. Der geht von Tante Eiche Handküssen für 10 Euro. Warte, bin ich heiß? Bin ich hier in der Richtung heiß? Du bist heiß, du bist heiß. Du bist heiß. Weil vom Suchen ja nicht. Kälter, kälter, kälter. Er geht in seine Höhle zurück. Ja, Bruder. Ich bin in der Höhle versteckt. Hätte sein können. Was er denkt. Bruder, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Okay, ganz kurz. Bleib hier stehen. Bleib einfach nur hier stehen. Nein, Bruder, kein Tipp, kein Tipp. Doch, 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 doch. Bleib einfach nur hier stehen, Digga. Ja, ja. Ja, siehst du den Basketball? Hä, werfen wir nochmal den Basketball bitte? Nein. Erzäh, ach nein, 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 nein. Guck mal, meckern, meckern, meckern. Guck, guck, guck mich an. Bruder, griff Wasserfall. Guck mich an, Bruder, griff Wasserfall. Wo ist der hin? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Nein. Wo ist der Wasserfall hin? Wo er hinläuft, Junge. Digga, du bist ein Typ. Es ist nicht richtig. Bruder, Bruder, guck, noch ein letztes Mal. Mach einfach die Augen auf, wenn du hier stehst. Guck einfach ein bisschen um dich rum, Bruder. Ich gucke um mich herum und ich sehe nichts. Denk mal ganz simpel. Denk, okay, ganz, okay, ganz simpel. Richtig simpel, gut. War das zu simpel gedacht? Äh, nö. Sag mal, du bist heiß, du bist warm. Auf dem Schiff war ich halt schon drauf. Äh, warst du echt? Ja, ich war halt auch schon auf dem Schiff. Bruder, der hüpft dich die ganze Zeit ab mit dem Basketball. Ich schwöre, du checkst gar nichts. Der hüpft dich die ganze Zeit ab, dem Max nicht, Junge. Hey, Mann, ich will euch auch nicht machen. Oh mein Gott, jetzt habe ich keinen Fall von Wotis. Ja, hast du echt? Nein, habe ich nicht. Wo bist du? Er sagt, oh mein Gott, Digga, rett in falsche Richtung. Bruder, Bruder. Ey, Junge, Bruder, ich werde behindert. Ich sehe den Basketball, aber ich sehe nicht, von wo der kommt. Ey, gib mir mal einen Tipp. Ich brauche noch einen Tipp. Okay, guck mal Richtung Süden. Ja, bin ich. Ist das ein Flugzeug? Ist das ein Vogel? Nein, das ist ein Bruder. Ja, ja. Ich sehe ihn nicht. Echt? Echt? Achte auf den Basketball. Oh mein Gott. Ey, Junge. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Wie hoch, Bruder. Ich schäme mich gerade. Junge, das war gerade echt behindert. Okay, jetzt nur noch Odemann, Alter. Jetzt nur noch Odemann. Aber die Sache ist, ich weiß selber nicht, wo Odemann ist. Ich wollte dich gerade fragen, hast du ihn aus deiner Position gesehen? Aber er war anscheinend nicht. Also ich weiß, keine Ahnung, wo er ist, Junge. Odemann hat er sich nicht hochgebaut, ne? Äh, doch, aber man sieht mich. Okay. Gut, das war schon mal ein Hinweis. Heißt du, du bist in keinem Haus? Wollen wir mal, willst du das wissen? Wenn ich dich sehe, ohne was zu bauen? Ja, aber du kannst mich auch in dem Haus sehen, ohne was zu bauen. Okay, sorry. Kein Problem. Wo ist der Barst? Sucht mich. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Sucht mich. Der kleine Barst. Ah, ne, das ist, ach, das ist Burak. Aber diesen Skill verbindet man direkt mit Odemann, ne? Diese Astronauten. Ich bin in einem Haus. Du bist in einem Haus. Ich bin in einem Haus. Ich seh dich nicht. Achso, achso. Warte, jetzt sehe ich Kidmaid. Jetzt sehe ich Burak. Burak ist richtig krass versteckt, Digga. Jetzt siehst du, jetzt müsst du mir kein Aussehen. Jetzt sehe ich dich. Und? Oh mein Gott. Hä? Hä? Ich seh dich. Oh mein Gott. Ich seh dich, Digga. Oh mein Gott. Jetzt gehst du wieder weg. Jetzt sehe ich dich nicht. Jetzt gehe ich wieder weg. Bruder, ey, ey. Mirkans, nicht dein Ernst, ne? Oh mein Gott. Okay, Leute. Alter. Aber gut, Leute, dann war es das auch schon mit Titansteak. Ich glaube, das war so eine mit den lustigsten Runden, die wir jemals hatten. Deswegen checkt gerne alle Jungs ab unten in der Videobeschreibung auch gerne den Mirkans abchecken. Also MBK, der hat jetzt einen neuen Kanal gestartet. Deswegen ballert ihr mal gerne die 1000 Abonnenten voll. Aber sonst würde ich sagen, sieh uns morgen wieder bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Macht's gut. Haut rein. Tschüss. Tschüss.